Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal einen ganz besonderen Video, ein Video, was ihr nicht so häufig bei mir seht, wahrscheinlich weil es nicht so häufig gibt, liebe Leute, hier seht ihr das schon, das sind deine Playstation Highlights 2019, ihr könnt auf der playstation.com Seite eure Highlights 2019, eure Statistiken selber anschauen, wie oft ihr gespielt habt und was ihr so gespielt habt, ich finde das echt eine witzige Sache, liebe Leute, und ich dachte einfach mal, ich gehe das mit euch mal durch und wir schauen einfach mal, was der Screen Fun alles so getrieben hat, in dem Jahr 2019, da oben seht ihr das schon, da bin ich, Omicron 2000, das sind deine Playstation Highlights 2019, dann gehen wir einfach mal runter, da steht zum Beispiel, du hast 10 verschiedene Spiele gespielt, oh mein Gott, und dann das Wichtigste, deine Top-Spiele, die Top 3, oh mein Gott, wer hätte das gedacht, Minecraft auf dem ersten Platz mit 180 Stunden im Jahr, jo, ist schon ganz gut, ne, dann habe ich viel Rocket League gezockt, online 200 Stunden, und H1-Z1 Battle Royale mit 195 Stunden, liebe Leute, ja, das finde ich ganz cool, dass sie das so aufgelistet haben, das wusste ich jetzt unbedingt nicht so, mit Minecraft wusste ich das wohl, aber mit den anderen beiden Spielen wusste ich es nicht unbedingt so, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was eure drei Top-Spiele sind mit der Stundenanzahl, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, mal gucken, wer die größte Suchti von uns in der Community ist, ja, dann gehen wir einfach mal runter, finde ich echt eine witzige Sache, dein Top-Genre war Action-Adventure-Spiele, okay, dann gehen wir mal weiter, dein Ergebnis, ich habe 833 Stunden im Jahr gespielt, und im Laufe des Jahres habe ich 309 Tage gezockt, ich war 309 Tage am Zocken, also fast ein Jahr, unglaublich, seid ihr auch so suchtig wie ich, also das Jahr hat ja 365 Tage, und ich habe ganze 309 Tage gezockt, das wusste ich selber nicht, finde ich irgendwie ganz witzig, 833 Spielstunden, oh mein Gott, ja, da haben wir noch so kleine Kategorien hier, online war ich zum Beispiel 216 Stunden, und so offline habe ich dann 617 Stunden gespielt, oh mein Gott, ey, man, oh man, oh man, und was ich auch witzig finde, deine Hauptspielzeit ist der Freitagabend, wusste ich jetzt auch nicht wirklich, fand ich auch eine witzige Sache, wo ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich jetzt mal kaputt gelacht, dass sie sowas alles rausgefunden haben, ja, 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 nicht schlecht, dein Erfolg, neue Trophäen, die ich gesammelt habe, ja, ich war jetzt nicht so der Trophäenjäger, ich habe da auch nicht so richtig drauf geachtet, aber finde ich auch eine coole Sache, dass das so aufgeführt ist, schön, schön, da, deine Downloads vom Playstation Plus Angebot, ja, ich muss sagen, das Playstation Plus Angebot war für mich sehr enttäuschend, es war natürlich sehr viel dabei, ihr seht es, ich habe gerade mal ein Spiel runtergeladen hier, ich weiß gar nicht mehr welches es war, dein Top-Spiel, das du online Playstation Plus gespielt hast, ja, Rocket League spiele ich ja immer noch sehr gerne, so, dann gehen wir mal weiter hier, im letzten Jahr hielten Playstation Plus Mitglieder bis zu 24 Spiele, kann man sich auch locker ausrechnen, jeden Monat 2 Spiele mal 12 sind 24 Spiele, dann haben sie nochmal die Spiele so aufgelistet, so, dann gehen wir mal weiter runter, äh, das ist uninteressant, das ist uninteressant, aber da kommt noch was, hier am Ende kommt noch was, danke fürs Spielen für 2019 ist dein Titel Action Hero, okay, ich bin auf jeden Fall der Action Hero, 10 Spiele, 833 Stunden, 54 Trophäen, ja, cool, dann kriegt ihr so ein Banner, so ein Avatar, ihr könnt hier Preise einlösen, wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr dann 8 von diesen Avatar-Bannern, die könnt ihr euch dann runterladen und dann im Playstation, ähm, Network verwenden, liebe Leute, ich habe es schon mal ausprobiert, ich dachte erst Preise einlösen, wow, kriege ich jetzt hier Money auf mein Konto, nein, so ist es nicht, ja, liebe Leute, das war es schon mit dem Video, ich finde das richtig cool, vergesst nicht bitte, eure Daten mal in die Kommentare zu schreiben, dann können wir ein bisschen vergleichen, würde mich auf jeden Fall mal freuen und auch sehr interessieren, welcher von euch so der größte Suchti ist und eure Top 3 Spiele bitte mit der Stundenanzahl dahinter, wäre auch richtig geil, wenn ihr das in die Kommentare knallt, kommen bestimmt witzige Sachen bei raus und dann schauen wir einfach mal, ja, wer der größte Suchti ist. So, liebe Leute, ich bin raus, vergesst nicht das Video zu liken, weil ich finde, das ist eine coole Statistik irgendwie, also habe ich so noch nicht gesehen, so detailliert aufgelistet und ich war auch selbst überrascht über mich, über mein Spielverhalten und ja, ich finde es auf jeden Fall cool, jo, liebe Leute, ich bin raus, sage bis zum nächsten Mal, macht's gut!